recht herzlich willkommen auf mein kanal mein name ist es reiter und wir haben heute kein vorgestellt und auch kein let's play sondern wir haben eine auskunft zum fahrplan ich würde mal gerade sagen dass wir das mal gerade anschauen wie wir in quartal 4 22 weiter vorgehen und dafür wollen wir uns das mal hier angucken ich habe da mal so hier geguckt dass wir das hier so sehen ich stecke das mal langsam auf so ein bisschen überraschung soll ja sein wir haben den montag bisher auction not included bleibt da stehen und wechsel mit shapes.io um 16 uhr gibt es nix das andere war um 8 uhr so dann gehen wir weiter auf den dienstag dienstag hatte sich ja was geändert deswegen mache ich das auch so ein bisschen weil jetzt noch eine zweite erinnerung dabei kommt die ist dienstag ist das mit simo trans und das comic 192 in der comic pack 192 in der version 0,6 und um sie ist das um 8 uhr und um 16 uhr haben wir astronea da ne und mittwochs haben wir ja um 8 uhr des aborion das passt auch noch weiterhin dann gehen wir auf donnerstag donnerstag haben wir einmal vorgestellt und ja schon lange nicht mehr graveyard keeper und ja da ist kommt bestimmt wieder aber wir haben momentan immer irgendwelche spiele die wir vorstellen können und das ist ja auch gut so damit wir mal sehen können was es gibt gut graveyard keeper ist klar das muss auch mal wieder aber das ist dann schon wieder schwer da rein zu kommen so und dann gehen wir auf den freitag freitag kennt ihr ist simo trans angesagt und zwar um 8 uhr und das ist im wechsel mit dem boxel teigen ja und dann kommt dann für den samstag eine neuerung die ich gemacht habe und da geht es dann um transport fieber 2 das will ich am samstag spielen ich habe aborion rausgenommen weil es momentan nicht so prickelnd mehr ist ich will es ein bisschen reduzieren wir machen es nur noch mittwoch das sollte reichen und ich werde auch mal schauen dass ich das ein bisschen mehr zusammengeschnitten kriege aber das ist immer viel arbeit und ich muss gucken wie ich es hinkriege aber ich würde auch das mit dem transport fieber 2 machen wollen dass ich da euch zeige was wir vorhaben dann mache ich ein schnell vorspulen sowas vielleicht oder ich mache vielleicht auch einen schnitt und ihr kriegt dann den fertigen bahntrasse zu sehen oder sowas wird das wohl sein so und das ist frei das sind die informationen die ich euch mitteilen will und dann müssen wir mal gucken wie wir da weiterkommen ich denke mal der herbst es ist der herbst quartal vier sagen wir mal wird bestimmt ganz interessant und vielleicht gibt es die ein oder andere änderung dann ja auch noch aber mal sehen wie es weiter ist bis dann ciao bis dann